Willkommen zu einer neuen Folge Crysis. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt, Leute. Ihr habt die letzte Part von euch gesehen, wo wir diese geisterhaften Viecher erwischt haben. Nachdem ich die Aufnahme gestoppt habe, habe ich mir alles angeguckt. Vor allem noch die Dinger, die wir zerschossen haben. Und hier ist noch einer an. Ja, ich muss in Bewegung bleiben. Oh. Also wird was? Und jetzt? Wollt ihr da eben auch schon da? Nee. Oh, oh. Oh, shit. Scheiße, ey. Die Munition wird ziemlich knapp. Komm. Okay. Den haben wir. Ist hier noch einer? Ja, irgendwo ist noch einer. Scheiße, da. Da ist er. Komm. 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 Gut. Wo war das Loch? Ne? Oh, hier kann ich auch rein. Aber da, 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 da. Da gehen wir jetzt mal rein. Scheiße. Irgendwas knapp. Nur 100 Schuss. Nur noch. Oben oder unten? Oh, fuck. Was suchen an seiner Ausgang aus der Öle? Ihr seid lustig. Gehen wir mal hier rüber. Doch, da geht's weiter. Alter, hier soll es noch parat kommen, ne? Was ist das denn? Achso. Nur eine Spiegelung. Oh, oh. Wird. Alter, ich hab völlig die Orientierung verloren, ne? Wo? Was denn jetzt? Hätte ich jetzt doch besser mal auf Speichern gedrückt da vorne. Wo geht's hier hin? Geh auf. Ach, da ist auf. Keine Munition mehr verschwinden hier. Okay. Jetzt tue ich aber grad mal speichern. Äh, warte wann haben wir mal speichern? F5? Oh, scheiße. Ich weiß nicht mehr mehr. Äh. 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 Da. F5. Naja, jetzt ist ja jetzt nichts falsch gemacht. Hehe. Was ist jetzt? Da ist wieder das Geräusch. Klingt, als würde hier gleich alles einstürzen. Mhm. Ist das hier von Arnus? Scheiße. Alter, was ist das denn? Da ist noch so ein Viech. Hallo. 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 Scheiße. Ich hab die falsche Waffe geholt. Oh, shit. Ich bin so dämlich, ey. Wo ist er? Wo ist er denn? Da kommt er. Komm. Durch die gesamte Höhle verläuft eine Art Kabel. Sieht biologisch aus. Scheint aber unter Spannung zu stehen. Oh, da vorne. Na? Oder was ist das? Das sind irgendwelche Kontrollpulse. Da sind noch mehr von diesen Maschinen. Aber sie sind anders. Was zum Teufel geht hier vor? Oh, Mann, ey. Wo ist er denn? Also ich seh echt doch mit der Munition ein großes Problem, wirklich super. Na komm, komm. Hier kam der raus. Oh, kacke, das ist noch einer. Oh, die hat er da gebaut. Das sieht gut aus. Shit. Shit. Hier geht's nicht auf. Muss ich halt was machen? Ach, jetzt bin ich hier. Alter, ich tue mal speichern hier. Geh Angst. Nee, bin ich hier falsch. Oh, oh. Warte, jetzt. Warte, warte, warte. Oh. Oh. Okay. Wie war denn jetzt, ey? Ach. Hier geht es anscheinend nicht hin. Das war anscheinend falsch. Vielleicht die unten rein, ne? Ja, da komm ich nicht rein. Nee, da komm ich nicht rein. Den liegst du doch nicht durch. Wo komm ich denn jetzt? Ich glaub von da kam ich. Ja. Aha. Da war ich eben drin. Kann wohl, dass ich gestorben bin. Und jetzt? Ist er jetzt offen? Sieht so aus. Diese Tore sind zeitgesteuert. Wie eine Sequenz. Vielleicht komm ich mit dem richtigen Timing durch. Oh. Ah, shit. Was da? Was da hin? Was da hin? Komm schon mal auf. Ich seh hier nix. Ich seh hier nix. Da. Da ist er. Ich will doch hier. Was? Was? Ich bin doch mal auf hier. Noch einer? Da hinten ist der. Komm mal auf. Oh, shit. Wo ist er? Mann, wo geht's hier weiter? Fangen wir jetzt auch noch zu schießen an. Scheiße, das war ja... Tatsächlich. Alter, der hat noch eine Waffe. Oh, kuck her. Oh, shit. Das ist so komisch, die irgendwo eine Waffe haben. Und was hatten die? Nee. Kann ich nicht nehmen. Scheiße, warum nicht? Hier, ziehe weiter. Oh, erst nochmal speichern. Oh, oh. 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 Verdammt, wo zum Teufel bin ich? Das war mein Höllenritt. Okay, Leute, ich speichere hier auch mal gerade, nochmal selber, der Part ist vorbei, ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, tschau!